Hallo, hier ist Martin von MoneyBankies, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 20.11.2024 und unser DAX hat einen schönen Nassenbluten gekriegt jetzt hier zum Dienstag, nachdem er Montag da zu lange rumgepuppelt hat. Die Bewegung hätte ich tatsächlich schon am Montag so lieber gehabt, aber es ist ganz gut, es hat ja ganz gut in die Analyse auch reingepasst, von daher passt das schon. Nun, ich möchte aber eingangs nochmal jetzt von oben gucken, bevor wir gleich durchgehen, was wollten wir sehen, was können wir jetzt daraus schließen, denn wir hatten hier in der Analyse gestern gesagt, dass das ja durch dieses Auf und Ab hier, dieses grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und das dabei leicht fallende Abgleiten aus der technischen Definition heraus ein bullisches Korrekturmuster ist. Ja, das heißt, sowas löst sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, dann nach oben auf und das impulsiv und relativ, also so in die Richtung hier, könnt ihr euch das vorstellen, ja. Also, wenn das so nach oben auflöst, dann gibt es dann wirklich ein Gap, das bleibt offen, dann kommen da 500 Punkte, 400 Punkte nach oben, Gap bleibt offen, 500 Punkte und plötzlich steht der Markt 2000 Punkte weiter weg, als er das noch für eine Woche stand, ja. Und sowas kommt häufig auf so eine Bewegung, das sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben, weil die großen Jungs bei so einem Zeug, was wir jetzt hier haben, in einem Tief, in einem neuen Tief, in einem neuen Korrekturmuster-Tief oder Quartals-Tief, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, einen potenziellen Abschluss dieser Bewegung wittern. Das heißt, wenn das jetzt nach oben Schubkraft gibt, kann das sein, dass da relativ viele Käufer hinterher springen, die dann jetzt die große Chance widmen, dann eben in dieses Impulsive, in das hier, was hier ist, wollen die dann bei Zeiten eben reinspringen, weil sie ganz genau wissen, dass sie sonst nicht mehr reinkommen und nicht mehr hinterherkommen. Jetzt kann man das noch adäquat absichern und gut allokieren und deswegen kann es durchaus sein, dass wenn der jetzt anfängt, nach oben zu treiben und der geht durch den 100 jetzt wieder drüber, der dann halt wirklich relativ dynamisch auch steigt. Also das muss man in so einer Situation, wo das Tief wirklich so, so offensichtlich direkt wieder hochgekauft wird, muss man sowas einkalkulieren und das heißt für euch, ihr solltet ein bisschen aufpassen, wenn der ruppig nach oben wird, dass er dann nicht die ganze Zeit Short dagegen haut. Das könnte uns ein bisschen wehtun, weil er vermutlich, wenn er nach oben dann abhaut, zum nächsten Tag einmal aufwärtsgekopf setzt und weiter rennt. Also das muss man an der Stelle betrachten, weil eben das eingangs hier ist, wie ich das gesagt habe. Es gilt aber trotzdem genau die gleiche Eingangsaussage wie gestern, nicht so euphorisch jetzt gleich werden, nur weil die Option da ist. Er muss eben nach oben das auch signalisieren und das Go geben. Tut er das nicht, ist auch ein weiteres Tief hier ohne Probleme möglich, denn das Muster ist ja abwärtsgerichtet und wir bewegen uns noch in diesem Muster. Das heißt, er muss es aktiv brechen. Das ist genau das Gleiche, was ich gestern erzählt habe. Bleibt hier gültig. Ich möchte euch bloß darauf vorbereiten, durch dieses schlagartig hochgezogene Tief. Gehen wir jetzt nämlich in einen kleineren Chart rein, was das jetzt hier für uns konkret bedeutet. So und jetzt nochmal zurück zu gestern. Gestern haben wir gesagt, dass er unten, also entweder oben über die 250, 270 drüber muss, um dann weiter hoch zu ran. Oder eben unten, hatte ich mich ein bisschen schwer getan, wo wir das festmachen und dann haben wir uns irgendwie geeinigt. Ich glaube, trotzdem unter 19,100. Wenn er unter 19,100 geht, haben wir gesagt, am Vormittag irgendwie drunter stechen. Und wenn er dann auch unter der 100 bleibt, genau, und am Nachmittag weitere Tiefs, dass er dann durchaus schon mal in die 18,800 runter stechen kann. Das hat eigentlich ganz gut gepasst, so. Der Zwischenrücklauf hier über den Mittag war zwar ein bisschen dünn gewesen, aber das hat schon alles ganz gut gepasst. Wir sind ja hier unten angekommen. So, und jetzt haben wir vom Rücklauf, und das ist jetzt wichtig für uns, für morgen, wieder in die 19,100 reingeschossen. So, auch erstmal formal vollkommen in Ordnung. Hat man sogar in unserem Update hier reingeschickt, als der hier unten das neue Tief gesetzt hat, haben wir auch gesagt, er kann im Rücklauf durchaus, wenn er sich oben an der Rücklaufmarke, hier die erstbeste Rücklaufmarke hat man genommen, nicht nach unten abstößt, haben wir gesagt, kann er wieder bis 1990 hochlaufen. Das hat auch gepasst, hat er gemacht. Aber jetzt sind wir eben an diesem Ausgangspunkt vom Vortag, an der 1990, die er nach unten brechen musste, um nach 18,800 zu aktivieren. Und er stößt jetzt von unten wieder an. Das heißt, das ist jetzt der Punkt, wo der Markt sich entscheiden muss. Kippe ich jetzt wieder um und gehe in die Trennversetzung nach unten. Das heißt, drücken wir uns jetzt weiter weg am Mittwoch, ja, rutschte uns jetzt hier auch aktiv wieder unter den 19,000 drunter und bleibt dort auch, also nicht bloß kurz unter 19,000 stechen und sofort wieder über 1960 zurück. Das wäre bullisch, sondern geht unter 19,000, bleibt dort, kann man alles, was da drunter passiert, alles, was da drunter passiert, egal ob das dann 19,000, nee, das geht ja nicht. Alles unter 19,000 kann ich mit 19 anfangen. Alles unter 19,000, das heißt, es kann eine 18,900 sein, kann eine 18,800 sein, kann eine 18,700, hat eine Tendenz nach unten. Ja, das heißt, gehen wir unter die 19 und barrikadieren uns dort, schieben seitwärts, fangen wieder dynamisch an, nach unten zu drücken. Heißt, das weitere Tiefseinplan, bis dann erstmal wieder 18,900, bis dann 18,800 auch nochmal. Und schon mal hier so eine, ja, 7,60, ja, auch 7,30, 7,10 hier, das wäre dann die lila Trendlinie hier. Das ist definitiv machbar, wenn er sich jetzt hier an der 19,100 richtig abstößt und wieder nach unten schiebt. Bisschen Platz gebe ich ihm, ja, also so ein 19,1,20. Das wäre schon noch okay, aber geht er da drüber, geht auch über eine 19,1,50, kann man hier schon fast wieder einen Haken dran machen. Denn dann kommt das zum Tragen, was ich hier eben jetzt gerade versucht habe, euch schon ein bisschen drauf vorzubereiten. Dann werten die Käufer das hier als potenziellen Korrekturabschluss, dieses neue Tief, und dann pumpen die den richtig oben raus, ja. Dann rennt der hier wahrscheinlich mit einer direkten Welle schon mal über eine 2,40, 2,50 wieder, stellt sich hier oben rein, macht nochmal einen kurzen Rücklauf. Und dann geht er am Folgetag schon in die 3,40 und macht das Gap hier bei 4,20 zu. Ja, das ist dann zack, 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 das sind zwei schöne dynamische Wellen bis hier hoch in die 4,20. Und das wird er eben einleiten können, wenn er jetzt über die 19,1,20 drüber arbeitet. Ja, und deswegen ist der Bereich ganz, ganz, ganz wichtig, das habe ich jetzt mit der langen Einleitung versucht, euch ein bisschen herzuleiten, ja. Für den Mittwoch, er muss sich drunter etablieren, er muss jetzt hier auch unter die 19,000 wieder zurückrudern, Dynamik auf der Unterseite zeigen, Druck aufrecht halten, damit die Käufer nicht ihre Chance, damit sie sehen, das ist noch nicht so weit. Die Käufer müssen sehen, na, 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 der will noch ein neues Tief anspielen. Wenn die Käufer das sehen, lassen die die Finger weg und dann kommt das neue Tief auch. Ja, aber wenn der jetzt anfängt nach oben, Dynamik, dann springen zu viele hinterher. Die wittern dann alle ihre Chance auf Jahresendrallye und so weiter, pulvern dann die Kohle rein und zack, steht die Kiste dann echt wieder oben bei 2,40 und macht nach hinten raus weiter Richtung 3,40 und 4,20. Und dann geht es auch noch weiter. Ja, also der schiebt dann, der kann dann richtig, richtig, richtig durchschieben. Ja, und von daher passt ein bisschen auf, ja, wie ihr euch verhaltet, wenn da jetzt Dynamik reinkommt. Mögliche Schlüsselstelle, das muss man ganz klar sagen, ja, das kann ein potenzielles Korrekturende hier eben darstellen. Und da sollte man dann einfach ein bisschen aufpassen. Ja, ansonsten rudert der nach unten, bleibt nur eine 19.000, schiebt ins Alkamm, ruhig nochmal nochmal Schor draufhauen. Das ist dann nicht verboten. Ähm, der hat dann schon von der Nennisse eher die Möglichkeit weiter zu fallen. Er sollte halt bloß wirklich nicht bloß kurz am Start hier irgendwie 9 Uhr eine 19.000 unterbieten und dann direkt wieder hoch haben. Hoch über 1960, hoch über 19.100, das wäre eher positiv. Ja, das würde dann Richtung 2,40 und mehr reichen. Gut, Freunde, macht was draus. Ich wünsche euch Spaß. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.